Es ist noch gar nicht so lange her, so vor 33 Jahren, da wurde die Wachau zum Weltkulturerbe. Gerade so wie die chinesische Mauer, die Pyramiden in Ägypten oder das Amazonasgebiet in Südamerika. Hä, 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 wo bist du hin, Tröpfchen? Sei doch nicht so sprunghaft! Wart auf mich! Ich muss doch auf dich aufpassen. Wart auf mich! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf 2.000...